Hi! Hallo! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Spanner Inferno! Warum bist du jetzt so? Leute wir rushen jetzt innerhalb von 2 Minuten da durch. Das wird jetzt hier hart! Komm Kevin, mach mal die Calls hier. Du bist der einzige, der was kann. Ja ist so. Ja ok, kurz schon ein bisschen. Bisschen. Level sagt ja mal überhaupt gar nichts aus. Aber Kevin ist nämlich 70. Ich meine du bist Level 12 Max und das heißt ja wohl nichts. Jetzt weiß ich auch was macht. Ja man, das passiert mir einfach nicht. Ja voll. Ich bin Genji. Man ey ihr seid alle so behinderte Spasti Clowns, die kein Support spielen. Kutsch aber Zollern, Alter. Das geht jetzt ein bisschen zu weit! Nee! Ach hier das Support Player. Dann muss ich die Scheiße hier spielen. Nee! Ich hab keinen Bock mehr. Dir geb ich keine Schilder. Ja du kriegst auch von mir keinen Heal. Ja ist mir egal. Ich brauch keinen Heal. Ich will Schild und Heal vor euch beiden. Das kannst du Futurama spielen. Der ist wie auf Inferno. Lass mal einen Song machen. Bam! Nein du kannst das Futurama-Theme spielen. Bam! Ich finde desto härter der Schuss ist desto lauter soll das auch sein. So weiß ich nicht. Ja ja. Und dann kommt ein Helicopter! Alter! Alter das war übel. Das gibt alle in meinen Augen. Achtung! Die haben eine Widow. Geradeaus durchstehen. Hier ist ein McCree der einfach rumsteht und mich tötet. Das war knapp. Ja natürlich. Und die haben auch einen Turm. Ja gut dass ihr euren Heiler so gut beschützt. Wo war der denn? Ach hinter uns. Hinter euch. Die Aussage der da einfach so steht ist jetzt nicht so aussagekönlich. Ja bei mir wahrscheinlich wenn ich sage hier bei mir. Ach ja danke da guck ich einfach kurz auf meine Minimap wo du stehst. Ja du drehst dich mal um du kleiner Speck Mowley. Hey! Was denn los bei dir? Nee reicht mir jetzt ne. Das ist Toxic. Leute. Jetzt haben wir zwei Tracer. Ihr bleibt einfach auf dem Pillar. Tracer, Genji macht alles. Ihr bleibt einfach nur da drauf. Was ist denn jetzt? Kein Support oder was? Ja dann wechsel doch. So jetzt zeig ich dir mal. Oh hier ist ein Turm. Okay also anders ging ja. Fuck. Der wollte Flash töten und hat aus Versehen nicht getötet. Alter ich komm aus dem Bett. Wo sind denn alle? Also aus dem Spawn kommen wir übrigens nicht raus. Da sind 10 Fahrers gefühlt. Also ich werd grad von einem McCree gemacht. Nee nee nee. Ich treff nichts. Ich kann mit der FPS-Zahl gar nicht schießen. Ich wechsel doch weiter. Geil. Ich hab irgendwie 30 FPS oder so. Das geht überhaupt nicht fit. Warum bin ich denn erster mit einem Kill? Was ist denn hier los? Ich hab auch einen raus. Oh was? Alter mit er hat die mich weggesniped. Ich hab Ul. Ich hab Ul. Können wir? Können wir jetzt? Ja dann go. Du bist. Nein du willst jetzt nicht so übel sind. Ja aber ich krieg die dummen Wichser ja nicht mal weg hier. Ja okay. Keine Warnung. Ich hab's in den Kling. 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 Hey go. Flieh rein. Hey du blöd ich hast dir Ziel. Ja ne. Mach's echt was. Der hat Moltenkirr gezündet. Passt auf, passt auf grad. Ich bin tot. Zeit für so nen Lieblingsspät. Guck mal jetzt einfach nicht raus. Jetzt wird's massiv. Watt? Wie die uns weg machen. Nein. Ja das sag ich seit Anfang an. Ja ich geh mal jagen. Geh mal jagen Johnny. Geh mal nach vorne hier. Gib dem Max ne damage boost. Der kann das verdienen. Oh was? Hier ist er. Hier ist er. Ja danke für die Aussage. Ey eben eben eben. Ja sorry man. Ich hab gepenigt. Oben rechts auf dem Dach. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich schlitze grad hier. Heal. Oh fuck sake. Alter. Kannst du vergessen. Ist gar nicht mehr von mir. Hab ich. Nein. Ja. Ich hab das geschützt. Alter. Ich krieg nur aufs Maul. Ich bin da zu früh über. Ich bin da zu früh über. Das fahrer ist über uns oben. Echt? Ich blei die weg. Das ist die slowdie slowdie slow. Hey hey los geht's. Kinkazu. Kinkazu. Ich hör mal. Nützlichste ulti ich glaub ich jemals gemacht habe. Glaub ich irgendwie nicht so. Oh der Turm steht einfach rechts im Gang. Ab ihn. Wollen wir um die Ecke? Drei. Drei. Eins. Der Schütze ist direkt rechts. Hinter uns Vera. Ich hab den McCree. Oben. McCree aber ist. Nice Leute. Ich werd hier gemacht von der Vera. Oh mein Gott. Oben links. Das ist so low. Hab sie. Wow. Gut. Kann ich kommen sehen. Oh mein Gott. Okay der war auf. Ja. Tom ist weg. Wir haben noch drei Sekunden. Wir müssen durch. Ich hab's da. Ich hab mal null Kids. Eine healing. Wir müssen jetzt da. Ich bin tot leider. Kommst denn. Komm schon man Tobion du Fickgeburt. Der ist oben im Fenster. Der ist oben im Fenster. Ach. Das war gut. Komm mal hier zu mir hochgeflonken. Schaff das nicht. Ja dann musst du in meinen Heid stopfen. Oh der Fick hat sich gehielt. Oh der Fick hat sich gehielt werden. Das ist ja nice. Hinter uns hinter uns hinter uns. Hinter uns hinter uns. Der McCree alter ist ja. Keine Ahnung der ist. Oh mein Gott. Der greift uns das an und keiner dreht sich um. Oh mein Gott. Das war echt Highlight des Spiels. Das war echt Highlight des Spiels ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Das ist eure gerechte Sprache. Aui. Da kommt der Hand of Blood noch ey. Wenn man Hand of Blood killt dann kriegt man schon mal Pay of the Game. Boah 500 geblockt. 500 Schaden geblockt. Da. Auf jeden Fall ey. Direkt 6. Für 500 Schaden. Da muss man auch mal klatschen. Konnt ihr keinen Schaden blocken weil ihr mal tot wart ihr Noobs. Ja. Wir haben dir grad einen MVP gegeben. Sag mal ein bisschen respektvoll hier. Ja ist so. Kleine Ahnung der. Wie reicht's jetzt? Es geht besser Jungs. Es geht besser Jungs. Es geht besser Jungs. Alter Max wie immer zielst du das bitte. Ich wohne hier in der Sauna. Ich hab hier einfach 2 Sonnen in 10 Quadratmeter. Ja ja. Also bei mir ist es schon cool. Im Pool. So ein Fußpool ey. Bisschen Flanschen ey. So was spielen wir jetzt Jungs. Ups. Nicht das was ich hier grad sehe alles. Okay dann wechsel ich halt auf den Angreifer. Ja das war aber okay. Jo. Da wird mein FPS nichts anderes spielen außer Mercy ey. Wie warst du denn? 3? WALF. WALF? Nein ich hab 30. Boah. Ekel. Das ist halt so ekelhaft. LOL ist ja schon eklig mit 30. Ja aber das geht nur einig. LOL ist ja eklig mit 80. Wir haben kein Konstrukteur bei mir. 80 merkst du doch gar keine Unterschiede. Den brauche ich schon. Ja zwischen 60 und 45 ist schon. Aber ich würd's schon spielbar bezeichnen. So. Alles unter 120 ist nicht mehr playable. So ist das. Genauso wie alles unter 30 mit Ping ey. Äh drüber. Über 30 ey. Ist auch schon katastrophe. Also von. Wie heißt der Fettzeug nochmal? Rotor? Rotor. Wenn der. Der Rechtsklick ist eher für Range ne? Ja. Und da haben wir mal hier für ne Com. Äh. In der Rechtsklick hast du ne Mid Range. Und links gibt's halt Miden. Ja mal. Ne Kack Combo. So richtig rotz. Richtig hingekackt und hingeschickt. Aber dann mach doch mal Vorschläge. Ich versteh das immer nicht. Ja ihr könnt ja nicht alle Champions spielen. Deswegen was soll ich da sagen. Außerdem spielt keiner von euch Support. Ja. Wenn euch kein Support spielt. Ja dann lauf zurück und geh auf den Mushu. Aha. Ja wenn ich tot betriebe. Mushu macht ihr überhaupt Bock? Ja dann mach das. Ja wenn ich tot betriebe. Ja wenn ich tot betriebe. Mitte kommt. Ja ich. So ne schöne Farah mit Soldier. Geil. Muss uns wohl da. Fahrah mit. Komm mal nach vorne oder? Jetzt snipest die Junge. Werte aber nicht ob ich überhaupt was treffe. Ups. Die kommen links raus. Links raus. Links raus. Max du bist die hinten vorne. Ja ich. Da war ich. Ja. Ich bin da. Ich hab dich grad von der. Ich bin da. Ich hab dich gegen die Tracer. Liebst du noch? Ich bin tot. What the fuck. Ne Diva ist da von ich. Also ich hab damit auch. Ich hab damit gehört. Da wo ich da war. Ich hab damit gehört. Ich hab damit gehört. Ich hab damit gehört. Damit wir die Vorstellung brauchen. Das funktioniert. das funktioniert ich kann natürlich durch die fahren da kommt der tracer die tracer steht gerade in 5 leuten ihr seid da zu viert in dem haus drinnen anstatt payload hier zu kommen wir kommen halt nicht raus mehr aus dem haus sie single ult mich einfach nachdem ich wieder auf den spot komme jetzt hier und ich glaube kannst du damit stehen und die war aus ihrem panzer die kannst du nicht hätten das ist einfach wie als ob du versuchten den marienkäfer also ich bin ready ja warte 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 auf mich ja da oben ist die einfach schon was geht was geht die sind einfach vor unserem spawn ja wollen wir ja wenn ich ne gute warte muss halt auch meine ultimate waren tot die tg wukurai ok jetzt 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 dann jetzt wieder ein mann und mann was ist das ruhig dich doch mal der fucking der fucking rein hat ist an appell los was macht er schaust auf mich zu ultet mich ein mann gut shop gern oder hinten ist ja irgendwas kommt zum payload bin da payload die war von hinten kommen kommen wir da hinten kommen sie ich hab dich gar kein problem die mach das schild kaputt mach das schild mach das schild die war steht immer noch hinter uns wir müssen ein bisschen aufpassen oben auf dem balkon hinter uns ich muss mir mal wirklich so schieben könnte das ding oben 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 ja obfache also einfach hab sie recht gestorpt worden ouchi ouch ok ich glaube ich kippe ein bisschen red fast ein bisschen ich hab den zweitweißen damit aber nur zwei eliminieren da war ich auch immer nicht gerade halten wir gerade halten wir also gerade halten wir eigentlich gar nicht so du bist ein bisschen na die sind gerade neu gespawnt die sind gerade neu gespawnt aber der letzte ja was ah ich bin da ich pappe dich wieder auf boah ok ich bin ja durch ne ich bin ja ich bin ja ich bin ja ich bin ja das wird rank so ja das ist einfach manchmal so ein was du händen gehen wo du nichts machst außer sterben als gewählt die mercy oh mein gott oh mein gott von wo ich sag nichts ober oh leil das ist ja echt nicht über ehrlich man die radieren uns aus es ist übel eklig ja es liegt an lex ja ja auch mein bildschirm gar nicht auch mein bildschirm gar nicht da hinter den hey büsch da einfach weg das ist eure gerechte strafe das ist eure gerechte strafe so leute Das ist doch alter die fahrer die die ficken komplett weg go jetzt ja alles geben boy i believe vier meter 3 mon处 oh nice go up's the pale oh 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 alles war nice oh Oh das war fast ein knappes Spiel ja das war ein weiterer Vergewaltigungstuch Ich geh auch mal den Level von denen an, das ist übel unfair. Ja, übel unfair. Übel unfair. Level 18, die ist Level 91. 36, 36, 39. Der eine ist 136, ne? Ja, okay, dann ist übel unfair. Ja, die Tracer war jetzt nicht schlecht. Das Sternchen ist 100. Oh lol. Tschüss. Ja, tschau.